Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Agar. Dieses Mal nicht in Los Angeles oder Las Vegas, sondern in San Francisco. Und ich hatte eben schon zwei schmagotastische Runden der Badwars-Woche aufgenommen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich die jetzt schon hochgeladen habe oder ob Agar später kommt. Nichtsdestotrotz wollte ich, das hatte ich auch in einem anderen Video schon erwähnt, mich mal einfach recht herzlich bei euch Spleezern bedanken dafür, dass ihr einfach so mega, mega verständnisvoll seid. Denn, oh, warte mal, oh Gott. Nein, 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 nicht mich fressen. Ja, 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 gehst du weg. Oh, hallo. Oh, verdammt, den habe ich nicht richtig erwischt. Aber der eine will mich auf jeden Fall. Ne, der will mich doch nicht, der will lieber den anderen essen. Finde ich auf jeden Fall klasse. Nein, ich halte schon mal die... Ja, okay, da habe ich mich... Da muss ich mich eigentlich gar nicht teilen, aber das war mir dann doch ein bisschen zu risky. Frisky, ja, wo ich gerade beim Thema war, bedanken. Oh, was ist ja jetzt... Also da ruckelt jetzt aber das Spiel eben und nicht die Aufnahme an sich. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Der ist Mr. Tibbles. Wer ist denn Mr. Tibbles? Ist es irgendein Charakter aus irgendeinem Spiel? Und was sind das für komische Zeichen? Es gibt irgendwie total viele neue Sachen hier, habe ich das Gefühl. Twinning Mage. Oder den Namen kenne ich auch nicht unbedingt. Und viele fragen auch manchmal auf Twitter, ob ich denn... Oh, okay, danke. Das finde ich nett von dir. Danke, schieß doch noch ein paar Dinger in mich rein. Yo, fütter mich. Finde ich klasse. Wieso füttert der mich? Was ist denn los mit dem? Wieso hat er das gemacht? Ist es... Oh Gott. Ist es irgendwie ein Trick? Normalerweise schießt man die Dinger doch, um jemanden irgendwie zum Teilen zu bringen. Ganz, ganz komisch. Aber nur gut. Ich meine, das stört mich ja nicht. Ja, was ich ganz am Anfang noch... Hallo? Okay, warte. Nee, das kann ich auch nicht fressen. Einen von denen müsste ich eigentlich snazeln. Ui, 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 ui. Okay, weg hier. Der kommt wieder, der kleine Hundi. Ich muss den einen da oben snacken. Oder den da unten? Nee, das lohnt sich nicht, sich zu teilen. Komm, warte mal, doch. What? Wieso kann ich dich nicht essen? Ich möchte dich essen, bitte. Da ist EA mal wieder. Oh, oh. Nee, 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 nee. Der Wirt. Gibt es ein englisches Wort, was mit Wirt irgendwie zu tun hat? Weil ich bin ja auf den amerikanischen Server und kann dementsprechend... Also ich habe auf den deutschen bzw. europäischen Servern seit mindestens zwei Wochen nicht mehr gezockt. Also waren das alles bitterböse Paluten-Faker. Weil die Nachricht habe ich eben auch das eine oder andere Mal bekommen. Hey, Paluten, hast du heute mit mir hier agar gespielt? Ich weiß nicht, ob du das bist. Nein, ich war es leider nicht. Da muss ich euch enttäuschen. Enttäuschen. So kann ich jetzt mich mal wieder hier zusammenslurpen zu einem großen Paluten. Jawohl, das kann ich. Okay, Osama Bin Laden. Jawohl. Den einen müsste ich eigentlich snacken können. Bin ich doch groß genug, oder nicht? Hallo, Greg. Da ist Hashtag Butts. I like big butts, but I cannot lie. Irgendwo ist doch... Hallo, Greg. Oh. Hallo. Nein, ich habe ihn nicht bekommen. Mann, heute sind wir aber nicht treffsicher. Oh, oh. Osama Bin Laden, lass mich in Ruhe. Oh, der hat sich geteilt. Da könnte man jetzt natürlich nochmal versuchen, einen Angriff zu starten. Oh, oh. Ne, 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 ne. Da oben ist wieder irgendein anderer. Was ist denn Pizio? Guten Tag. Oh, oh. Jetzt gibt es hier ein richtig Ding. Nein. Nein. Okay, ab nach oben. Ab nach oben. Jawohl. Das haben wir ganz gut gemacht. Alter Schwede, wie wir uns da aus der Affäre gezogen haben. Holladiwalfi. Holladiwalfi. Genau. Jetzt gehen wir... so ein Top-Ten-Platzierung, hätte ich nichts gegen. Und das ist voll der süße Smiley. Oh, oh. Ne, da kommt der eine nicht durch. Aber die US... Äh, Debt bedeutet Schulden übrigens. Das hatte ich gerade nicht fertig getorcht hier. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier mal längs kommen. Der ist eigentlich zu klein, um ihn zu essen. Oh. Das würde sich nicht lohnen. Aber der wäre eigentlich ganz cool. Oder der hier oben. Verdammt, den? Warte mal, den einen könnte ich den Weg abschneiden. Feed for Team. Oh. Hör mal hier kurz durch. Da passe ich auch durch. Sauber. Den Sage könnte ich snazeln, wenn ich mich teile. Aber dann müsste ich dieses Mal auch treffen. Wo fährt der denn hin? Warte auf mich. Warte auf Paluten. Oh, was ist denn da los? Was? Ich bin doch größer. Der ist ja richtig korrupt. Warte mal, aber ich könnte mich nochmal teilen. Wieso hat er denn jetzt alles? Ich weiß aber nicht, ob der, wenn der jetzt tauschen würde. Ich müsste mich halt zusammenfügen. Das wäre eigentlich ganz cool. Jetzt geh wieder zusammen. Mann. Oh, what? Jawohl. Jam, 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 jam. Oh, Alter, was für ein nicer Kill. Da ging auf jeden Fall einiges. Da haben wir gut, gut zugelegt. Aber da oben ist der eine lila, ne? Jetzt müssen wir hier gucken. Jetzt sind hier sau viele. So, genau. Gehen wir mal wieder zusammen hier. Können wir auf jeden Fall was machen. Wir sind aber dieser Cold Nephite. Das ist der, der auf Platz 10 ist. Der müsste eigentlich unser Ziel sein. Aber ich gehe jetzt erstmal hier mich vielleicht mal wieder so ein bisschen gesund ernähren. Von den ganzen Bubbles hier. Weil gleich gehen wir ja auch wieder zusammen. Oh, der eine ist jetzt sogar nicht mal mehr in den Top 10. Wie viele dicke Brocken gibt es denn hier? Dabei finde ich, dass wir eigentlich schon voll groß sind. Da ist der Mond. Okay. Ich würde jetzt ganz gerne mal wieder mich zusammenfügen. Oh, yeah. Komm schon. Vielleicht schaffen wir es tatsächlich in die Top 10 jetzt. Okay, mal gucken. Jetzt fügt ihr euch nochmal zusammen. Na, komm. Dann muss das doch, das muss doch reichen für die Top 10. Immer noch nicht. Krass. Dabei finde ich, leider, unser Score ist gerade 1288. Ist ja eigentlich voll viel, oder nicht? Oder bilde ich mir das nur ein? Müssen wir uns gleich mal wieder mit einer eleganten Attacke teilen. Da unten, hallo? Warte, dich kriege ich. Jawohl, guter Schuss. Kann man mal machen. Ah, komm. Nein, okay, das war jetzt richtig doof. Ah, da wollte ich einfach zu viel. Da wollte ich echt tatsächlich... Ah, Mann, ey. Aber egal, jetzt kann ich wenigstens ein bisschen snazeln. Aber ich bin natürlich jetzt ein leichtes Ziel. Das war nicht gut. Das war definitiv nicht... Nee, 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 nee. Was machst du denn da jetzt? Mal, dass du wegkommst. Oh Gott. Jetzt habe ich ein dickes Problem. Oh Gott. Füge dich doch... Nein, das wieder... Ich bin neunter. Oh Gott. Nein. Oh, oh. Ich habe ein dickes Problem. Jawohl. Zieh dich zusammen, Piedissel. Jawohl. Nein. Komm, 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 komm. Raus da, raus da, raus da. Jawohl. Der eine will mich. Der eine will mich unbedingt. Egal, ich ver... Jawohl, er hat aufgegeben. Ah, Mann, ey. Da haben wir uns... Wo ist hier? Können wir jetzt wieder zusammen gehen? Dann... Ah, Mist. French Toastie ist auch so groß. Na, komm. Ewig kannst du dich nicht verstecken. Ja, doch, keiner... Keiner wohl. Mist, egal, denn... Snazle ich erst mal wieder. Jetzt sind wir... Obwohl unser Score wird scheinbar nicht resettet. Weil wir sind bei 1506. Oh, hallo, wer bist du denn? Der ist einfach in uns reingefahren. Oh, ja. Ja, fütter mich. Fütter mich. Oh, bitte. Hallo, Mr. Eat Me. Ich esse dich gerne. Komm her. Wieso willst du denn nicht gefressen werden? Dein Name ist doch Eat Me. Oh, da ist er. Der Double Kill. Jawohl. Jetzt sind wir wieder Zehnter. Nice. Oh, das kann doch was werden. Jetzt sind wir natürlich hier so ein bisschen in der Ecke. Aber das ist eigentlich ganz cool. Weil hier sind voll viele Sachen. So, guten Tag. Willst du... Willst du gefressen werden? Hallo, Cat. Oh, das ist wieder French Toasty. Aber French Toasty ist ziemlich groß. Ich müsste mich wieder jetzt hier irgendwie zusammenslurpen. Na komm. Jawohl. Das ist Nummer 1. Das ist wieder dieser lustige Smiley. Hallo. Warte mal. Wenn ich jetzt wieder zusammenfüge... Das müsste eigentlich funktionieren. Wir sind jetzt auch wieder... Oh, Platz 9. Das können wir mal machen. Oh, yeah. So, wie können wir denn jetzt... Ja, genau. Fliege mich... Wieso willst du denn... Ach, da fresse ich euch halt beide. Mist. Hat nicht funktioniert. Miam, 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 miam. Egal. Wir haben zumindest heute mal ein paar Leute auch gefressen. Aber Holy FK. Der ist auch komplett neu. Xavi. Ich hab diese... An N Unnamed Cell hab ich noch gar nicht gesehen. Oh, der hat sich auch geteilt. Warte mal. Dich könnte ich doch fressen, oder nicht? Zumindest den einen Punkt von dem. Beide schaff ich nicht. Aber wenn ich die eins... Jawohl. Und dann dich. Na, komm. Er ist doch mitten... Wenn wir da jetzt alle durchfahren... Oh Gott, jetzt vibriert hier mein Handy. Was ist denn hier los? Komm, ich muss mich nur zusammenfügen. Jawohl. Perfekt. Oh, nein. Nein. Nein, was ist hier los? Füge dich zusammen. Jawohl, komm. Friss den Mond. Ah, da haben wir... Wir sind Fünfter. Krass. Aber den Mond kriegen wir, glaube ich, nicht. Ne, da müssen wir abbrechen. Schade. Oh, da ist noch... Das ist noch... Ja, komm. Wieso ruckelt das? Wieso? Ach komm, Colton Affeit. Jetzt sind wir Platz 6. Okay. Da ist wieder der lustige Smiley. Der kommt... Oh Gott. Ist da jemand riesig. So, jetzt fahren wir hier mal so ein bisschen durch. Aber da kriegen wir, glaube ich, niemanden. Das ist wieder der gute alte French Toasty. Auch ein guter... Oh Gott. Der hat sich auch geteilt, eine riesige. Was ist denn da unten? Der sieht eigentlich ganz gut aus. Hier sind viele, auch noch kleinere. Was ist denn NL Mexiko? NL könnte das Netherlands sein? Nein, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Geil, wir fressen erst mal wieder ein bisschen. Miam, 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 miam. Miam, 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 miam. Muss doch noch was gehen hier. Müssen wir mal ein bisschen risikofreudiger werden, weil wir sind jetzt hier auf Platz 6. Ich würde mal sagen, wir spleasen uns mal wieder hier zusammen. Da ist Johnny Blobo. Johnny Blobo, es tut mir leid, denn du bist... Nein! Oh Gott, das war... Ach Mann, was mache ich denn immer für einen Käse? Ich will dann irgendwie immer zu viel und dann schieße ich daneben. Und wer ist dieser riesige orange Blob? So, hallo. Darf ich dich essen? Scheinbar will der das... Nee, wenn ich mich jetzt nochmal teile, das wird richtig dumm. Da ist einer mein Anus. Okay. Lauf bei ihm. So, jawohl, perfekt. Na, komm. Jetzt muss ich mich mal wieder zusammenziehen. Oh, der eine füttert mich. Jawohl! Der eine... Komm, jetzt gibt's was, jetzt gibt's was zu fressen. Jawohl, alter Schwede. Ich bin Dritter. Läuft. Guten Tag, Johnny Blowbow. Der will auf jeden Fall irgendwas von mir... Nein, Johnny Blowbow hat was von mir gegessen. Oh, snap! Warte mal. Wenn ich mich jetzt hier wieder... Ich muss mich zusammenfügen. Jetzt füge dich zusammen. Naja, Johnny Blowbow. Naja, Johnny Blowbow. Diesel, füge dich zusammen. Sauber. Oh, yes. Johnny Blowbow. Revenge. Ja, aber gleich bin ich wieder viel zu groß. Ich bin zwar Platz 3. Krass, ey. Wie lang läuft die Runde eigentlich schon? Ah, da passe ich nicht durch. Das kann ich knicken. Egal. Alter Falter. Ach nein, wir sind jetzt Platz 4. Oh, was ist denn da... Oh, oh, was ist denn da los? Da können wir auf jeden Fall was essen. EA war auch mal bedeutend größer, glaube ich. Oder wir waren damals einfach nur wesentlich kleiner. Aber da passe ich jetzt, glaube ich, nicht durch. Nee, schade. Hallo. Wer bist du? Ich sehe das gar nicht. Doc oder Dog? Jetzt sind wir auf Platz 5 zurückgerutscht. Oh, guten Tag. Ich möchte dich gerne fressen. Das wäre super klasse. Nam 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 nam. Jetzt bleibt doch stehen. Ach, Mensch. Es ist so schwer, gutes Futter zu finden in der heutigen Zeit. Na komm, AJ. Oh, wer ist das? Einer hat da wieder so einen richtig asozialen Namen. Ich weiß aber nicht, was mit den Leuten los ist, dass sie sich solchen Namen geben. Oh, hallo. Hallo, Johnny Blowbow. Du hast einen Teil von mir gefressen. Das mag ich gar nicht gerne. Mr. Blowbow. Naja, was willst du hier? Oh, hallo. Miam, miam, miam. Ja, jetzt gehöre. Guck mal. Da sieht er, ich habe mich geteilt. Und er ist ja direkt wieder hinter mir her. Dat is ne. Dat is ein linker. Linker Fuchs. Aber keine Johnny Blowbow, ey. Ich werde jetzt hier erstmal ordentlich was essen. Und dann werde ich dich hoffentlich frühstücken. Guck mal, wie er da wieder hinter uns ist. Oh, nee, jetzt hat er aufgehört. Jetzt hat er da keine Lust mehr drauf, der Johnny Blowbow. So, komm schon. Die kleine, die sieht, ich finde es so krass, wie die Perspektive sich auch komplett verändert. Oh, Bubu. Hallo Bubu. Guten Tag. Bubu. Komm doch her. Ich möchte dich töten. Also, ich möchte dich eher assimilieren, nicht töten. Oh, da oben kommt aber jemand, der ist ziemlich groß. Oh, das ist ein dicker Clash. Oh, oh. Aber ich bin größer als Dodge. Aber nur, wenn ich mich zusammenfasse. Jetzt komm, geh wieder zusammen. Zusammen, Pidizzle, zusammen. Dann kann ich die fressen. Na, komm. Jawohl. Jetzt ist es, oh, jetzt wird es krass. Wenn ich es schaffe, davon einen zu fressen. Ich weiß auch nicht, wer von uns beiden jetzt hier kleiner ist. Oh, Dodge. Komm schon. Ich hab den doch fast. Ich bin doch größer als er. Aber ich hab das Gefühl, ich werd immer kleiner. Komm her, bitte. Komm schon, ey, ich hab den doch so gut wie. Ich bin doch, ich hab dich doch hier fressen. Nein, wenn er jetzt den blauen snackt, dann hab ich ein großes Problem. Mann, ich bin doch, ich hab dich doch fast assimiliert. Komm schon. Das kann doch nicht wahr sein. Was mach ich denn jetzt? Das Problem ist nur, wenn irgendjemand jetzt in den Reihen fährt. What? Was war da denn los? Was für ein krasses Manöver. Hat der ihm geholfen? Oh. Ja, Leute. Das war's mit einer kleinen Runde von Agar. Wenn's euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Wir waren echt nicht schlecht. Wir waren, glaub ich, sogar einmal in den Top 3. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Leute, schöne Grüße aus San Francisco. Wenn's euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss, tschüss. 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 Tschüss.